Afrika ist ein aufstrebender Kontinent und wir sehen, wie wichtig es ist, schon daran, dass wir momentan erhebliche Flüchtlingsströme aus Mali, Somalia, Nigeria, Eritrea haben. Wenn wir nicht dafür Sorge tragen, dass in diesen Ländern Wirtschaftswachstum beginnt, dass in diesen Ländern Möglichkeiten zur Entfaltung für den Einzelnen da sind, dann werden wir noch mehr Flüchtlinge haben. Also aus Eigeninteresse heraus ist es für uns notwendig, Afrika zu helfen. Aus Eigeninteresse heraus ist es aber auch für die deutsche Wirtschaft gut, in Afrika präsent zu sein, denn Afrika ist am Ende des Tages ein aufstrebender Kontinent. Ich bin optimistisch, dass wir die richtigen Instrumente dafür haben und wir sollten jetzt so schnell wie möglich beginnen. Deswegen machen wir gemeinsam diese Kongresse.